Hallo, mein Name ist Alexandra Höfer vom Liefer-Service Diplomel-Bergstadt. Ich war heute einkaufen und bin an diesen Schwämmen nicht vorbeigekommen. Hier gibt es dann verschiedene Farben, also die ganz gewöhnlichen Haushaltsschwämme. Und dann dachte ich, ich möchte jetzt einfach mit denen eine Idee machen. Und die zeige ich euch jetzt. Wenn ihr Lust habt, abonniert gerne den kostenlosen Kanal, drückt gleich noch die Glocke, dann kriegt ihr gleich wieder mit, wenn ein neues Video online geht. Los geht's! Wir machen heute so kleine Männchen aus diesen Schwämmen. Ich habe jetzt Beyerleicht, dieses Mal. Einmal kann man hinsetzen, dass man die Füße so nach unten hat und einmal stehen. Was er dazu braucht, sind eben diese einfachen Haushaltsschwämme und ein Reagenzglas. Also Reagenzglas entweder in der Apotheke, im Blumenladen, in der Dattnerei. Vielleicht gibt es das auch in Neko-Geschäften. Ich weiß es jetzt nicht, aber schaut einfach mal, wo ihr Reagenzglas verbinden könnt. Alternativ zum Reagenzglas sind diese Plastikröhrchen, wo es im Blumenladen auch gibt. Oder wo man manchmal auch Anturie oder Strelizie mit unten dran hängt. Die könnt ihr genauso gut verwenden. Als erstes schneidet ihr euch mal eure Schwämme in der Mitte ein Loch, nein, so groß wie das Reagenzglas ist, dass das Reagenzglas da durchpasst. Am besten nehmt ihr wirklich eine Schere, wo ihr einfach dann schon mal, ähm, oder ihr nehmt es so doppelt und schneidet einfach ein kleines Kreuz rein. Dann könnt ihr es nachher ein bisschen ausprobieren oder ihr nehmt so ein scharfes Messer und sagt zu dem bloß vorsichtig bitte, ob die Finger aufpassen. Und dann ist es nur aufbädeln. Was auch noch wichtig ist, die, ähm, die Schwämme haben ja immer zwei Seiten. Also einmal diese raue Seite, wo man jetzt Töpfe, ähm, oder stark verschmutze Oberflächen sauber macht. Und diese weiche, äh, Seite. Die weiche Seite sollte ganz unten sein. Ihr habt es ausprobiert, also auf dieser festen Seite hebt ihr euch einfach nicht dann euer, äh, euer Männle. Weil das einfach dann, ähm, also das Reagenzglas darf ich nicht unten aufstoßen, weil sonst fällt es euch wieder um. Also von dem her ist der Schwamm eigentlich das letzte geworden, das letzte ist der Tisch berührt. Und von dem her muss das wirklich dann diese weiche Seite sein. Und dann könnt ihr variieren, wie ihr wollt, von der Farbe her. Ihr könnt es von der, ähm, wie ihr es aufbädelt machen. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich sie eigentlich immer gleich aufbädelt habe. Hier mache ich jetzt mal, äh, Alternative mit zweierlei Farben. Also ihr könnt es auch ganz bunte machen. Das kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, was ihr oben dann reinmachen wollt. Oder wie ihr sagt, wie ihr es ausdekorieren wollt. Bei den Reagenzgläser, also bei den normalen Reagenzgläser, sage ich jetzt mal, also mit vier Spämmel müsst ihr mindestens machen. Also einen oben, ich zeige es euch, weil unten dann drei jetzt einfach die Stabilität gegeben ist. Also das ist wichtig. Also ich habe nicht umsonst so viele Spämmel genommen, dass wir einfach auch halten. Das ist ganz auch wichtig. Und bei den großen probieren wir jetzt einfach mal mehr aus, dass es auch wirklich hält, dass wir klar sind, die einfach mal nach oben. Und diese oben ist eben ganz arg wichtig. Ich zeige es euch nochmal bei dem, beim fertigen, dass der, gibt es einfach nochmal ein bisschen Stabilität, weil wir ja dann mit Wasser nachher drin haben, dass es einfach auch wirklich mit umfallen kann. Das ist Sinn und Zweck dann. Ihr müsst sie aber auch nicht aneinander befestigen. Also das ist von dem her, ihr habt die wirklich das auch gebetelt. Und hier seht ihr jetzt, ich habe drei unten, wo wirklich der Standfuß sind. Und oben eins, das gleicht eigentlich dann so das Gewicht wieder aus, wenn Wasser drin ist, dass es einfach hält. Genau so heißt es bei dem grünen gemacht. Der Holz hat die Füße ein bisschen weiter nach unten, aber im Endeffekt ist trotzdem oben einer. Und dazwischen ist ein bisschen Luft. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ihr wollt es komplett zumachen, ich habe jetzt hier beim anderen auch ein bisschen Luft nur lassen, dann könnt ihr natürlich auch komplett mit eure Schwämme voll machen. Beim Einfüll vom Wasserpack, du wirst ein bisschen auf, dass ihr euch die Schwämme nicht voll macht. Ihr könnt auch wirklich bloß so die halbe Reagenzglas voll mit Wasser machen. Dann guckt ihr aber einfach, dass es täglich auch Wildwasser, dass einfach, weil die Blumenrohr doch relativ viel Wasser, dass sie einfach dann nicht ohne Wasser dastehen. Dann braucht ihr so einen Biegsamentrad. Also das gibt es in alle möglichen Farben, den gibt es auch im Dekoladen. Schaut mal, vielleicht habt ihr sowas daheim. Also das soll relativ biegsam sein. Und den schneidet ihr einfach mit der Zange ein Stück weg. Und dann vorsichtig, also das Reagenzglas hat immer so einen Hals oben. Und da passt ihr bloß auf, dass ihr euch das Reagenzglas nicht springt. Vorsichtig zweimal rum. Und dann verdrehen wir das hier noch. Ihr könnt es jetzt auch vorher machen, bevor ihr das Wasser reingebt. Dann könnt ihr es umdrehen und hebt das. Und dann gehe ich eigentlich nur mit der Stange drüber, dass es wirklich hält. Und dann könnt ihr euch das nach hinten biegen. Also die, ihr dreht euch dann eure Schwämme so wie ihr es braucht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, dass ihr das nicht sieht daher, wo ihr es gemacht habt. Und so formt ihr euch dann eure Arme. Und wenn ihr sagt, oh, die sind wir jetzt einfach zu lang, dann schneiden wir es wieder ein Stückchen ab. Weil wir machen nachher nochmal ein bisschen Blüten dann an die Arme. Und das Gleiche machen wir unten. Ich mache das jetzt mal in den Zwischenraum. Ihr könnt natürlich auch den Zwischenraum, also so zwischen irgendwo diesen Draht befestigen bei den Füßen. Dann schieben wir es mal, probieren es mal bei dem. Also ich lasse zwei unten stehen. Und da ist es wichtig, dass es der biegsame Draht ist. Es gibt natürlich verschiedene Drähte, aber ich tue es euch einfach mit dem biegsamen Leicht, das sage ich jetzt mal, auch gerade um das Reagenzglas runterzubringen. Weil wenn ihr so einen absterrischen Draht habt, nicht, dass ihr euch wirklich das Reagenzglas kaputt macht, wenn ihr es zu fest runterreißt. So, jetzt schieben wir das alles wieder ein bisschen runter. Und dann können wir uns die Füße formen, so wie wir es brauchen und die Arme auch. Dann mache ich mir aus Schleierbraut und auch aus der Schlappise. Da könnt ihr jetzt sehen, wenn was du rollst, nehmt es einfach bloß das Material, die wir ein bisschen eintrocknen, dann hättest du einfach auch ein bisschen besser. Ich möchte jetzt nicht die Arme so leer stehen lassen. Ihr könnt es natürlich auch bloß mit Buchs rumwickeln. Dann ist es was Grünes. Ihr könnt es jetzt nur mit Band umwickeln. Also da fällt euch sicherlich was ein, was ihr machen könnt. Ich möchte einfach ein bisschen Blutbilder noch haben und deswegen wickle ich es jetzt mit Statizien mit Schleierbraut und das wickle ich jetzt nur, also ich lege die nur an und mache mir so ein kleines Büscherli. Das mache ich jetzt auch nicht fest zusammen, sondern ihr könnt es. Ich habe jetzt hier schon das Schleierbraut auch eine gemacht, die ich jetzt ein bisschen zusammenbunden habe. Und die wickle ich nur da drumherum. Da schaut so was einfacher für euch. Ihr schaut, ihr sagt, ich bin es mir vorher als kleines Büscherli zusammen oder ihr wicklt es einfach nur rum. Sollt es was halten. Und bedenkt bloß, wenn ihr wirklich frische Materialien nehmt, dass sie nur eintrocknen, dass es einfach wirklich gut fest anraht ist. Und dann verzwirbelt es was und dann wird es einfach bloß in sich wieder reingesteckt. So, dann haben wir unseren ersten Arm. Das zweite machen wir dann mit dem zweiten Arm. Also wir machen uns wirklich nur so büscherli. Ich schneide nicht gleich, das ist schon das Back, was übrig ist. Da muss ich dann halt nicht so viel wegschneiden. Und dann. Ich glaube, ihr macht es wirklich mit. Ich habe jetzt bloß das Wasser rein getan, weil ich wissen wollte, dass es einfach von der Stabilität her hält. Aber ihr könnt auch gut das Wasser herauslassen, dann macht ihr fast eure Arme und eure Hände und Füße eigentlich dann hin. Und füllt dann wieder das Wasser ein. Dass es einfach dann hebt. Ich glaube, ich probiere mal drauf, weil dann seht ihr einfach immer sicher auch mit die Füße unten. Dann könnt ihr es hinlegen. Macht es so. Füllt Wasser. Wir machen es alle nochmal. Dann könnt ihr es hinlegen. Und eure Füße, die möchte ich jetzt einfach ein bisschen noch mischen. Also lieber habt ihr ein bisschen zu viel Brat als wenig Braten schneidet das nachher ab. Nicht, dass ihr dann merkt, oh, ihr habt doch noch ein bisschen zu wenig Bickel, dass mir das auch hält. Und ihr müsst es nachher nochmal nachschneiden, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Wobei das auch jetzt funktioniert. Wem das jetzt natürlich zu praktisch ist angetragen oder wen stört, dass ihr das jetzt seht, ihr könnt es natürlich jetzt auch noch mit einem Band drüber wickeln, ihr könnt es auch bloß ein Blatt drüber kleben. Ihr könnt da wirklich kreativ sein und was euch besser gefällt. Das wickelt sonst rum. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass man das sieht. Deswegen lasse ich es jetzt so mit der Binde, also mit dem Draht. Das hat gleich auf der Spule. Dem, wo es einfacher ist, der kann es auch gleich auf der Spule noch. Also lassen sie es gerade, aber dann habt ihr wirklich da die ganze Spule und habt ihr dann wirklich auch nicht gerade. Das könnt ihr auch machen. Und dann könnt ihr euch immer noch die Hände und die Füße formen, wie ihr sie möchtet. Also wie soll ihr die Hände haben, wie soll ihr die Füße haben, soll ihr hinsitzen, soll ihr einen länger haben, einen kurzer, die Arme nach oben oder nach unten richtet. Also die kann man wirklich variieren, wie man es möchte. So, jetzt füllen wir es weiter. Ich mache es doch so, das ist einfacher. Dann möchte ich einfach die rote Rose rein. Was mir die Füße jede Blume nehmen, wo ihr wollt. Bloß sage ich jetzt mal, schaut es bloß einfach, dass die, also du kannst es nicht ja eigentlich verkaufen, von, ich verstehe, tut es, dass du jetzt nicht, dass es geht, dass der Kopf relativ auf dem Reagenzglas sitzt. Also da jetzt nicht nur oberhalb, nur riesig nach oben geht. Das ist natürlich auch wieder von der Stabilität her, dann, wenn er jetzt natürlich nur einen langen Stiel lässt. Das soll aber eigentlich auch der Kopf sein. Also von dem her sitzt er ja eigentlich dann wirklich am Hals und dann kommen jetzt schon die Arme. Was ich dann da habe an E-Foi, weil ich mir das jetzt doch ein bisschen zu, äh, ja, wenig blumig einlisch durch diese vielen Schwämme. Und da könnt ihr jetzt auch irgendeiner Rang gehen nehmen, wo ihr draußen findet. Der E-Foi ist halt wirklich immer leicht, äh, ja, man findet ihn einfach dann überall. Und da könnt ihr jetzt auch einfach durch diese Schwämme durchgehen. Ihr könnt sie festmachen, ihr könnt sie nur locker drumherum schlingen. Ihr könnt sie ineinander wieder verschlingen. Also das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Da ist der wirklich ein bisschen flexibel. Ihr könnt es nur wirklich nur zwischen die Schwämme klemmen. Was ich machen, der hat auf jeden Fall auch, wir dürfen oben ins Wasser stecken, dass er euch einfach ein bisschen länger hält. Also ihr habt das Reagenzglas eh da mit Wasser, dann steckt es rein. Dann hat er von daher sehr Feuchtigkeit und hält sich auch noch ein bisschen besser. Und ihr könnt eure Arme und eure Beine immer noch im Nachhinein nochmal, also machen wir es dann haben wollt. Ich habe den jetzt einfach mal nach unten, die Arme. So, die Füße halt einfach so, dass er eigentlich wirklich gerade sitzt. Und dann drückt er einfach mit einem Band noch ein bisschen was, wo man sagt, das ist dann auch nochmal wie ein Krawatte oder wie ein Schal. Das könnt ihr einfach bloß umeinander legen, gerade umlegen. Okay, wir müssen es mal ein hier. Ihr könnt es festmachen, ihr könnt es mal Fliege machen, ihr könnt alles Mögliche machen, was der sehr gute Mann oder die gute Frau dann eigentlich hat. So, fertig ist er. Also ist mal ein bisschen was anderes. Vielleicht habt ihr ein oder andere Lust, das nachzumachen. Es ist jetzt auch eine nette, witzige Idee, wenn man es verschenken will, sagen wir es mal. Oder einfach sich so mal was Nettes hinstellen. Und die Schwämme kosten wirklich, was weiß ich, einen Tag glaube ich, einen Euro oder was waren die ganzen Schwämme. Also es ist jetzt eine riesen, kostengünstige, kostenintensive Ausgabe. Von dem her kann man das einfach mal machen. Also wenn es eine Frage hat, gebt es mir gerne einen Daumen hoch. Habt viel Spaß beim Nachmachen. Macht es gut. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.